Heute besprechen wir eine produktive Wochenendroutine für die Oberstufe, damit du auch Samstag und Sonntag richtig durchstarten kannst. Willkommen zurück Abiturathleten, hier ist Leo, dein Abiturcoach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und damit du den erreichst, ist es natürlich auch sinnvoll, dich nicht nur über Montag bis Freitag Gedanken zu machen, okay, wie kann ich am besten lernen, wie kann ich am besten aufpassen, wie kann ich Referate gut halten, wie kann ich mich geil melden, wie kann ich gut mitschreiben, all diese Sachen, sondern auch den Gedanken über die zweite Hälfte des Freitags, Samstags und Sonntags zu machen. Denn was ich euch da empfehlen würde, ist, dass du, wenn du Freitags von der Schule kommst, bitte versuch nicht zu krass, außer du willst es wirklich in dieses, ich muss aber weiter lernen, sondern, wenn du Freitag Schule aus hast, das ist ein geilsten Gefühl einfach in der Allgemeinen der Schulzeit, deswegen steht dir das zu, das steht dir nämlich auch zu. Das bedeutet, wenn du, dann feier dich einfach, hab Spaß, fahr mit deinem Feier, wochenende, ja, dieses Spieling musst du einfach mitnehmen, weil es dir einfach extrem viel Kraft gibt und einfach deinen ganzen Körper auch einfach wieder so regenerieren, ist einfach so, ey, ja, so jetzt das Ding, dieses Scheiß-Tool-Gewäuse erstmal hinter mir, geil, deswegen nimmt dieses Gefühl auf jeden Fall mit. Nichtsdestotrotz will ich euch trotzdem am Freitag noch empfehlen, als einzige Sache, die ich an eurer Stelle am Freitag machen würde, einfach nochmal kurz das ganze Revue passieren lassen. Das bedeutet, je nachdem, wie intensiv du es machen bist, entweder du schreibst dir einfach nur nochmal die Sachen vom Freitag auf, was da passiert, wenn du zum Beispiel sowieso jede Woche machst, oder schau dir einfach nur die Sachen nochmal an, was ihr gemacht habt, oder denk nur kurz drüber nach, okay, das hat mir, das hat mir, das hat mir, dass du es einfach nur nochmal auffrischt, oder du kannst, wenn du es wirklich auch intensiver machen willst, auch für die ganze Woche machen, das einfach nochmal deine Sachen rausholst, okay, was habe ich die Woche in dem Fach gemacht, in dem Fach, in dem Fach, in dem Fach, dass du es einfach dir nochmal herrufst, damit du es nicht so schnell vergisst und einfach wiederholt hast. Und wenn du das gemacht hast, dann würde ich wirklich enjoyen, es nimmt den Freitag wirklich frei, macht da was mit Freunden, geht euren anderen Hobbys nach, geht von mir aus auch feiern, wenn ihr das machen wollt, einfach, dass ihr da free seid, okay, das ist super wichtig, dass wir die Freitag, yeah, da ist geil. Samstag dann, würde ich auf jeden Fall den Vormittag produktiv nutzen. Das bedeutet, stehe im Idealfall genauso früh auf wie sonst. Ich habe im Bereich zum Video zur Morgenroutine gemacht, findet ihr da oben, wie man da eben auch in der Oberstufe morgen schon produktiv ist und den Tag gleich von vorne weg richtig nutzt, aber, das solltet ihr euch in meinen Augen beibehalten. Ich weiß, ich weiß, man liebt es da auszuschlafen und wenn du sagst, ach, ich brauchst du unbedingt, dann machst, ist ja auch in Ordnung oder auch wenn du am Abend davor länger weg warst und dann den Schlaf brauchst, alles sinnvoll. Aber ich würde euch wirklich ans Herz legen, mal zu überlegen, ob es nicht wirklich sinnvoll ist, wirklich einfach die Aufstehzeit durchzusehen, auch wenn es richtig früh ist, wenn es 5, 6, 7 Uhr ist, zieht das durch, weil ihr bleibt einfach in eurem Schlafrhythmus. Das ist wesentlich gesünder. Es wirkt zwar jedes Mal cool, wenn man ausgeschlafen hat, aber wenn du es langfristig betrachtest, bist du damit eigentlich nicht glücklicher. Sondern eigentlich gewöhnst du dich voll dran. Ich stehe jeden Morgen um 6 Uhr auf und das ist geil. Ich freue mich auf meinen Morgenspaziergang mit dem Hörbuch und so weiter. Deswegen, das ist eigentlich übelst geil. Und dann würde ich euch dazu raten, auch direkt den Vormittag produktiv zu nutzen. Das bedeutet, ich würde sagen, dass man da die Hausaufgaben machen sollte. Und zwar, dass du alle Hausaufgaben machst, die du weißt. Dass du wirklich am Vormittag, am Samstag vormittag bist du okay, dann wird sich trotzdem produktiv. Du hast auch ein bisschen diesen Schullehrmodus geht. Ihr merkt schon, es geht ganz viel um Gewohnheiten. Es geht einfach nur darum, dass du möglichst viel Freizeit hast, aber trotzdem in deiner Routine drin bleibst, dass der Körper sich einfach immer mehr daran gewohnt kann. Weil dann wird es auch normal. Es ist nicht so, ich muss am Samstag alle meine Hausaufgaben machen, sondern es wird normal für dich, es wird ein neuer Standard. Deswegen würde ich Samstag gleich alles wegarbeiten, was du wirklich machen musst, in Sachen Hausaufgaben, weil du dann auch einfach dir so viel rausnimmst für die ganze Woche. Das bedeutet auch, wenn du eine Hausaufgabe für Mittwoch erst hast, mach die trotzdem am Samstag schon, weil Montag und Dienstag hast du eh mit der Schule genug zu tun. Nimm dir da einfach ein bisschen, gib dir selbst den Freiraum, dass du da eben einfach besser performen kannst und einfach den Kopf mehr frei hast. Und genau, dann kannst du am Samstag eigentlich auch fast schon wieder machen, was du willst. Ich würde trotzdem empfehlen, am Samstagnachmittag nochmal kurz zu lernen, vielleicht einfach nochmal über das drüber zu schauen, was du am Freitag schon angeschaut hast, wenn du wirklich so eine geile Wochenzusammenfassung hast oder einfach eben für jedes Fach nur die ganzen Sachen nochmal durchgehst, weil du so einfach wieder auffrischt. Es soll halt einfach vermeiden, dass du nicht einen Tag hast, wo du einfach gar nichts lernst. Weil es ist mega wenig aufbauen, sich einfach nur noch eine halbe Stunde, Stunde, vielleicht auch länger, je nachdem eben, was für deine Ambitionen sind. Sich es anzuschauen, ist so viel einfacher, als dann jedes Mal einmal wieder neu zu lernen und du hast es fast schon wieder vergessen. Deswegen mach das noch kurz am Nachmittag, am Samstag vielleicht direkt nach dem Mittagessen und da hast du auch fast den ganzen Samstag, wo wirklich auch was abgeht, wo dich mit Freunden triffst und dazu zählt ja der Vormittag meistens eh nicht, hast du komplett frei und kannst da genauso viel Freizeit genießen wie alle anderen. Dementsprechend gilt natürlich auch für Sonntagvormittagsgleich. Das heißt, ich würde euch auch da empfehlen, auch wenn davor Samstagabend war, würde ich euch trotzdem empfehlen, auch da gleich aufzustehen, wie sonst auch immer wirkt. Wenn ihr feiert, ist in Ordnung, auch länger auszuschlafen, aber es ist auf jeden Fall entwählenwert. Probiert es einfach mal aus. Dann würde ich am Sonntag, nachdem du eh schon am Samstag all deine Hausaufgaben gemacht hast, würde ich am Sonntag mir einfach als Routine aufbauen, dass ich da einfach lerne, dass du da einfach für die Woche lernst, das auch am Sonntag, nicht am Samstag, weil der Sonntag natürlich näher an der kommenden Woche dran ist. Das heißt, du kannst die Sachen besser an denken, lern dafür Klausuren, lern dafür Echsen, Steckreihaufgaben, bereite da Referate vor und so weiter, damit du da einfach auch für die neue Woche, die einfach schon so einen Headstart, gibt es einfach so einen Vorsprung gegenüber allen anderen und dann kannst du eigentlich auch den Sonntag genießen. Das bedeutet, ihr merkt schon, es geht eigentlich vor allem darum, dass du den Vormittag da deine Routine möglichst beibehältst, produktiv bist, wo sowieso auch sonst nichts abgeht, deine Freunde vielleicht eh ausschlafen und da hast du den ganzen Nachmittag und Abend, worum es dir eigentlich geht am Wochenende, komplett frei und hast quasi richtig geile Noten und trotzdem genug Freizeit. Deswegen haut mir gerne in die Kommentare, wie eure Routine fühlt das Wochenende ist. Würde mich natürlich mega interessieren und alle anderen Abiturathleten könnt ihr natürlich genauso inspirieren. Deswegen denke da eine Sache, ich glaube an dich. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.